Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Infovideo. Ich habe eine richtig tolle Nachricht für euch, worauf jeder LS Spieler gewartet hat. Der neue LS Teil wurde angekündigt heute. Wir schauen uns jetzt zusammen den Trailer an. Man kann so ein paar Sachen schon rausschauen, so ein paar Sachen kriegt man da schon raus, was da vielleicht jetzt dann mit neu dabei sein könnte. Und komm, wir legen direkt los. So, dann lassen wir uns erstmal durchlaufen und dann können wir beim zweiten Mal schauen, was man da so sieht. Genau. Man sieht, also ich finde, ein bisschen was sieht man schon raus. Jetzt wie zum Beispiel hier die Blätter und so weiter und hier ist schon auf einmal Schnee. Das hat schon so ein kleines Anzeichen, dass so eine Art Seasons wahrscheinlich mit reinkommen wird. Ich möchte hier nichts versprechen, das ist meine Vermutung, weil da ist der Herbst und da ist dann Sommer. Das hat sicherlich irgendwas zu bedeuten, ich kann euch aber nicht sagen, was genau. Genau. Einfach meine Vermutung. Ich habe euch nämlich versprochen, dass ich sofort ein Video hochladen werde, wenn ich was Neues weiß vom LS Teil. Jetzt weiß ich was Neues und ich habe direkt ein Video hochgeladen, direkt ein Video aufgenommen und ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Am Schluss stehen noch die Infos, wenn es rauskommen wird. Coming Quartal 4 2021, also Ende des Jahres, ich vermute mal November, so wie immer. Ich freue mich schon richtig drauf und ich freue mich schon auf weitere neue Trailer, weitere neue Infos. Ich werde immer wieder mal Videos hochladen, wenn ich neue Infos habe. Dann ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, man hört sich, macht's gut. Ciao.